Hello! Heute gibt es ein neues Video und ich weiß eben gerade nicht, wie ich es anfangen soll. Mal ganz davon abgesehen, dass mir eben gerade aufgefallen ist, wie viele Haargummis ich am Handgelenk habe. Ich habe eben gerade aufgeräumt und das sind alle Haargummis, die ich in der Wohnung verteilt gefunden habe. Jetzt habe ich auf jeden Fall wieder ein paar Stück. Heute wird es um eine Werbung vs. Realität gehen, beziehungsweise werde ich für euch wieder Outfits testen. Denn diesmal habe ich in Online-Shops ein komplettes Outfit bestellt. Es ist ja oft so, dass man sich umschaut und dann das komplette Outfit sieht und sich dann denkt, hey, das sieht eigentlich ganz gut aus. Aber ich persönlich, ich könnte ja mal gerne unten in die Kommentare schreiben, wie es bei euch ist. Ich bin jemand, ich kaufe einfach immer ein einzelnes Stück. Also ich kaufe eigentlich wirklich nie ein komplettes Outfit. Diesmal habe ich gedacht, wir machen das einfach so. Und zwar habe ich Urban Outfitters für diesen Versuch ausgewählt, weil sich wirklich so viele Leute Urban Outfitters gewünscht habe und ich dort tatsächlich noch nie bestellt hatte. Und ich mir einfach mal gedacht habe, heute testen wir mal den Online-Shop und gucken uns einfach mal den Stil von Urban Outfitters an. Denn der Stil von Urban Outfitters ist, würde ich sagen, schon etwas spezieller. An dieser Stelle würde ich euch gerne nochmal dazu einladen, mir auf Instagram zu folgen. Ihr könnt das sehr gerne machen, denn dort stimmen wir immer zusammen ab, was für Videos demnächst kommen. Und ihr könnt mir dort auch sehr gerne, da es passend zu diesem Video ist, einfach mal komplette Outfits, bitte, bitte mit Link. Das wäre nämlich super zu dem Online-Shop oder auch zu jedem einzelnen Teil am besten sogar. Zusenden per Instagram direkt, damit dich im nächsten komplette Outfit-Test-Video-Werbung-Vestivalität, vielleicht sogar euer Outfit dabei ist. Darüber würde ich mich wirklich extrem freuen. Es ist übrigens direkt der erste Link unten in der Infobox zum ersten Outfit. Und zwar sieht das erste Outfit so aus. Wie gesagt, ich habe mir ein paar etwas verrücktere Kombinationen ausgesucht. Und trotzdem muss ich sagen, an dem Model fand ich es gar nicht so schlecht. Also wenn ich jemanden so auf der Straße sehen würde, würde ich schon sagen, hey, das ist bestimmt jemand Stylishes, der bestimmt Ahnung hat, wie man sich anzieht. Klüpfen wir uns doch am besten erstmal das Kleid vor. Und zwar ist es dieses gelb karierter. Es kostet 65 Euro. Es ist ungefähr midi lang, also es ist kein Maxi-Kleid. Der Schlitz an der Seite ist wirklich sehr, sehr lang. Zusätzlich ist es auch so, dass der Schnitt meiner Meinung nach nicht 100% überzeugend ist. Denn das mit den Trägern ist irgendwie so ein bisschen verhunzt. Ich konnte die Träger leider nicht so einstellen, dass es vorne einen schönen Ausschnitt gibt, aber gleichzeitig man hinten auch nicht zu viel SPH sieht. Und zusätzlich ist es auch so, dass mein Po, dadurch, dass ich halt eben nicht so gerade bin, das Kleid auch etwas zum Spannen bringt und das Kleid dadurch nicht so schön fällt. Was natürlich doof ist, weil ich das Kleid natürlich auch nicht größer bestellen kann, weil dann würde es oben nur noch komischer sitzen und gar nicht mehr passen. Über dem Kleid kommt dann wirklich diese super kuschelige Pulli. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Der kostet allerdings auch 65 Euro. Er ist aber wirklich so kuschelig. Da muss ich wirklich einen Riesenlob aussprechen. Als ich den angezogen habe, mir war wirklich sofort warm. Also ich glaube, es ist ein super Pluspunkt, gerade auch für Herbst und dann später auch für Winter. Was natürlich da vielleicht etwas blöd ist, ist, dass der Ausschnitt halt so riesig ist. Es sieht natürlich sehr cool aus, aber es ist leider in der Hinsicht etwas unpraktisch, weil man das Gefühl hat, dadurch, dass es halt auch so weich ist, dass es sehr schnell von den Schultern runterrutscht und man dadurch die ganze Zeit zuppelt. Das heißt, wenn es also wirklich kalt ist, ist es schön und gut, weil es hier überall warm hält. Aber gerade am Ausschnitt, wo man ja dann auch oft Halsweh bekommt, das Ganze dann doch sehr offen ist. Jetzt widmen wir uns aber erstmal nochmal den Schuhen. Und zwar haben wir natürlich hier einmal Tennissocken. Denn Tennissocken scheinen anscheinend immer noch super trendig zu sein, obwohl ich mich mit dem Gedanken gar nicht so anfreunden kann. An dieser Stelle schreibt mir gerne mal in die Kommentare, Seid ihr dafür, dass Tennissocken sichtbar und trendy sind? Oder sagt ihr eher, weg mit den Teilen, sie sind einfach blöd? Ich persönlich finde sie halt einfach auch unbequem. Ich habe dann meine Doc Martens dazu kombiniert, einfach weil ich den Schuh nicht auf Urban Outfitters gefunden habe und mir dachte, okay, dann nehmen wir halt diese Variante. Und ich kann euch schon mal sagen, dass ihr für die Socken, dadurch, dass sie von Nike sind, ungefähr mit 7 Euro rechnen müsst. Und wenn es um die Schuhe geht, habe ich jetzt einfach mal pauschal 80 Euro draufgehauen. Obwohl ich mir sicher bin, wenn ihr genauso ein ähnliches Modell finden würdet und die auch qualitativ auf etwas Hochwertigeres setzt, dann müsst ihr da bestimmt auch mit 150 oder 160 Euro sogar setzen. Neben den Schuhen und den Socken kommt jetzt natürlich noch die Bauchtasche, die schwarze. Ich habe ein sehr, sehr ähnliches Modell bei Urban Outfitters gefunden und zwar kostet es 29 Euro. Ob man Bauchtaschen mag oder nicht, ist, glaube ich, Geschmackssache. Ich fand, gerade zu diesem Outfit hat es ganz gut gepasst. Einfach aus dem Grund, weil es die ganze Geschichte noch ein bisschen enger an den Körper passt. Und dem ganzen Outfit etwas Form verleiht, damit das Ganze halt nicht so super fallend ist. Insgesamt muss ich aber allerdings sagen, dass ich das Outfit leider nicht so begeisternd finde, wie auf dem Foto selbst. Obwohl das natürlich auch schon sehr, sehr Geschmackssache ist. Aber so ist eben der Stil bei Urban Outfitters. Und man erkennt natürlich deutlich, wenn man mich neben dem Model sieht, dass das Model deutlich größer ist als ich. Und dadurch die Klamotten natürlich einfach anders aussehen. Einfach ein Outfit, das sich mit stolzen 246 Euro. Eher für Fashionistas eigenen Leuten, die ein Statement setzen wollen und wahrscheinlich auch einfach etwas in die Höhe gewachsen sind. Und vielleicht nicht so, wenn ihr klein seid, denn ansonsten wird es euch einfach nur etwas kleiner wirken lassen. Was natürlich absolut nicht schlimm ist, wenn ihr damit kein Problem habt. Das zweite Outfit ist super spannend. Also ich habe mir einfach mal gedacht, okay, das soll jetzt Trend sein im Herbst. Also ich habe das jetzt extra aus der aktuellen Herbst-Inspirationsseite von Urban Outfitters gepickt. Und viele von euch werden sich da wahrscheinlich in den Kopf greifen und sagen, nein, das sieht einfach nicht cool aus. Aber ich dachte, wir testen das Ganze mal. Und zwar werde ich mich erstmal der Hose widmen, weil die Hose hat mich ohne Mist so positiv überrascht. Das hätte ich nicht geglaubt. Und genau das ist auch meine Devise. Und was viele von euch auch sagen, hey, Sophia, danke dir, ich bin mutiger geworden. Ich dachte mir auch, ich muss auch mutiger werden, denn ich muss einfach mal immer mal ein bisschen mehr testen. Denn wir alle wollen ja im Bereich Fashion so ein bisschen uns trauen, uns auszudrücken. Das ist vielleicht nicht die Art und Weise mit der blauen Hose, wie ich mich ausdrücken würde, aber vielleicht manche von euch. Und deswegen würde ich euch da gerne einfach so ein bisschen motivieren, falls ihr Bock dazu habt. Die Hose ist eine Mom-Jeans. Sie ist grobkort. Also man sieht es wirklich deutlich, die Struktur. Die Farbe Blau schreit natürlich sehr nach Aufmerksamkeit, aber ich glaube, es gab auch noch andere Farben. Das mit dem Gekrempelten hier unten finde ich ganz süß. Das ist auch nicht festgenäht, also ihr könnt das natürlich auch aufmachen. Und diese Hose passt wie angegossen. Ich bin einfach positiv schockiert von dieser Passform. Mega geil, wenn es normale Jeans wäre, hätte ich die, glaube ich, sofort behalten. In diesem Sinne ein absolutes Pluspunkt für diese Hose. Ich bin voll in love mit der Passform davon. Dann kamen wir aber zu den oberen Teilen und Leute, Schocker des Lebens. Also dieses Ligra-Oberteil, was ich hier eben gerade für euch in der Hand halte, das erinnert mich an meine alten Chia-Uniformen und sowas. Also super unangenehmer Stoff. Hält euch aber tatsächlich super warm, gerade für Herbst, Winter, falls ihr es dafür braucht. Ich finde die Länge sehr, sehr komisch, weil man kann es weder in die Hose stecken, noch ist es irgendwie so richtig cropped, dass man sagt, dass es wirklich bauchfrei ist. Dadurch seht ihr, wenn ich mich bewege, es rutscht hoch. Es entstehen diese blöden Falten hier oberhalb der Brust. Also es sitzt einfach nicht schön und das liegt wirklich einfach am Stoff. Und ich weiß jetzt nicht, wer von euch das irgendwie anziehen würde, kombinieren würde. Über diesem Ligra-Oberteil gab es dann dieses Champion Shirt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die Marke. Denn ich persönlich habe gar nichts von der Marke. Und ich habe mir gedacht, hey, ich sehe das ganz oft. Das scheint ja wohl trendy zu sein. Vielleicht sagt euch dieses Zeichen ein bisschen mehr was. Erstens muss ich sagen, dass mich das Material von vornherein einfach wirklich absolut nicht überzeugt. Dementsprechend würde ich dem deswegen eher einen Daumen runter geben. Zusätzlich ist das Ganze anscheinend eher Oversized. Es ist nämlich Größe S, die ich bestellt habe. Und ihr seht, das Ganze sieht aus wie ein Nachthemd. Also es ist wirklich so groß. Es ist unglaublich, ja, einfach, es sieht einfach nicht schön aus, würde ich sagen. Also, nee, es hat mich wirklich gar nicht überzeugt. Und es gefällt mir leider gar nicht. Würde mich wirklich interessieren, ob ihr das cool findet oder nicht cool findet. Es ist auch von den Ärmeln einfach viel zu lang. Und dieses Oberteil war dann in der Hose reingesteckt. Also ich habe es dann wirklich komplett drumherum reingesteckt, ein bisschen rausgezuppelt. Und selbst dann sah es irgendwie einfach immer noch zu groß an mir aus. Aber das war an sich dann auch das Outfit. Es war nämlich noch kombiniert mit ein paar Tennissocken, mal wieder. Und dann wieder mit Dr. Martins. Auf dem Bild sind die Chelsea-Variante der Dr. Martins drauf. Ich habe jetzt einfach meine eigenen genommen, weil ich denke, es ist irrelevant, ob es geschnürt ist oder zu ist. Ich habe euch allerdings den Preis der Chelsea-Variante rausgesucht. Und das war dann auch das komplette Outfit. Also da muss ich sagen, auch wenn man es neben dem Model sieht, es sieht schon so aus wie auf dem Bild. Aber dieses Champion-Oberteil, I don't know. Also ich bin voll in love in der Hose, kombiniert mit den Schuhen und so. Meinetwegen auch mit den Tennissocken. Aber der obere Teil mit dem Ligra und diesem Champion-Shirt ist in diesem Sinne nicht so ganz mein Stil. Einmal kurz die Preise. Und zwar kommen wir bei dem Ligra auf 35 Euro, bei der Jeans auf 59 Euro, bei dem Champion-Oberteil auf 62 Euro. Die Schuhe kosten 165 Euro und die Socken 7 Euro. Dementsprechend sind wir insgesamt also bei 328 Euro für das komplette Outfit. Nun zum dritten Outfit und zwar diesem hier. Und ich muss zugeben, ich finde es eigentlich ganz cool. Also ich finde es wirklich cool. Vielleicht, weil mich das Oberteil an meine Mama erinnert, weil sie früher ein ähnliches hatte. Also einfach nur von dieser Fleece, Grob-Fleece-Art und Weise. Ich habe da echt Hoffnung reingesteckt, weil ich auch dachte, hey, das könnte ja was auch sehr Warmes sein. Obwohl ich wiederum glaube, ich wüsste nicht, wie ich das sonst kombinieren soll, außer in Kombination mit dem Rock. Weil ich glaube, das kann auch ganz schnell so wirken, als würde man eben gerade von irgendeiner Farm kommen oder von irgendeiner Wanderung oder keine Ahnung. Das Einzige, was ich euch sagen kann, es ist wirklich hochwertig, so ist es nicht. Aber es kratzt wie Sau. Es kratzt so heftig. Aber in der Kombination mit diesem Rock fand ich das Oberteil dann irgendwie doch ganz cool. Also der Rock ist wirklich etwas Spezielles. Es ist einfach diese Rostfarm, vor allen Dingen mit dieser sehr speziellen Waschung. Ich glaube, es ist nicht für jeden was. Aber die Kombination, ich weiß nicht, es hat einfach was. Und irgendwie kann ich mir das sehr gut im Herbst einfach vorstellen, wenn ich mir vorstelle, dass die Bäume wieder alle braunblättrig sind, was wir gefühlt jetzt schon sind, wegen der krassen Hitze im Sommer. Beziehungsweise werden wir uns einfach mal vorstellen, dass die Bäume dann halt so, ne, so typisch Herbstfarben haben, so ein bisschen gelblich, bräunlich, rot. Sagt man rötlich? Ja, rötlich sagt man, ne? Und dann dieses Outfit dazu. Also ich glaube, das sieht schon schick aus. Ich persönlich hätte ja dazu einfach schwarze Schnurrboots angezogen. Also so mit ein bisschen Absatz, damit das Bein etwas länglicher wirkt und dieses globige Fleece-Ding, ja, so ein bisschen an das gestreckte Bein angepasst wird. Ähm... Das ist Struggle mit den Haaren heute, ne? Ähm, aber bei diesem Outfit haben die Urban Outfitters sich dafür entschlossen, diese Art von Schuhen dazu zu packen. Und diese Art von Schuhen, I don't know. Ich weiß, viele sind Fans davon. Ich persönlich bin noch kein Fan davon. Schuhe riechen unglaublich gut. Ich hätte, ich wusste nicht, dass ich sowas mal sage, aber ich habe selten neu verpackte Schuhe, wo ich nicht sage, äh, die riechen voll ekelhaft nach Plastik. Die Schuhe riechen echt gut. Und, ähm, sie sind sehr globig, sie sind wirklich schwer, aber sie sind unglaublich gemütlich. Das hätte ich niemals gedacht. Also wenn es euch darum geht, gemütliche Schuhe zu haben, greift zu so einer Art Schuh. Perfekt. Zu diesem Outfit passt natürlich doch nicht so schlecht, aber was ihr halt einfach in Kauf nehmen müsst, wenn ihr euch solche Art Schuhe besorgt, dass euer Fuß einfach sehr, sehr groß wirken wird. Wenn euch das nicht stört, no problem. Wenn ihr aber schon wirklich eher der Kandidat seid, wo ihr sagt, ah, ich mag das nicht, wenn meine Füße einfach größer wirken, dann greift nicht zu so einer Art Schuh, denn damit werdet ihr auf jeden Fall nur unglücklich werden. 30 kommen wir übrigens bei der Jacke auf 59 Euro, bei dem Rock auf 55 Euro, bei den Schuhen auf 65 Euro. Und dann hätten wir natürlich nochmal die Socken, die diesmal von Champion waren. Champion ist echt teuer. 16 Euro kosten die. Insgesamt sind wir dann bei 195 Euro. Also auch hier haben wir wieder eine sehr nette Summe für ein relativ einfaches Outfit, wo uns natürlich noch ein paar Accessoires fehlen würden oder eventuell eine Strumpfose und so weiter. Also summiert sich so ein Outfit dann doch relativ schnell auf 220 Euro. Ich bin wirklich so gespannt, was ihr zu den drei verschiedenen Outfits sagt, zu den einzelnen Teilen, weil ich sowas ja noch gar nicht gemacht habe. Wenn ich das öfters machen soll, bitte, bitte einfach mal Daumen nach oben dem Video geben. Missbraucht den Daumen nach oben gerne, damit ich wirklich Bescheid weiß, dass ich das einfach nochmal machen soll. Ihr könnt mich auch sehr gerne abonnieren. Ich weiß, ganz, ganz viele von euch vergessen das immer wieder. Abonniert den Kanal. Ihr unterstützt mich damit wirklich unheimlich. Und vergesst nicht auf Instagram vorbeizuschauen, der erste Link in der Infobox, damit ihr mir einfach eure Outfit-Vorschläge zusenden könnt. Und mit etwas Glück ist dann euer Outfit beim nächsten Video dabei. Falls ihr jetzt aber sagt, dass ihr etwas Geld sparen wollt, dann schaut euch doch am besten einfach mal das 10-Teile-35-Outfits-unter-260-Euro-Video an. Klickt da sehr gerne rein. Ansonsten verlinke ich euch hier natürlich noch ein anderes Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis bald. Tschüss.